Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge zum Conan Battle Pass. Ja, heute geht es wieder um eine spezielle Herausforderung und zwar den Champion oder Häuptling der ersten Menschen besiegen. Das ist eine seltene Herausforderung und gibt uns 70 Erfahrungspunkte. Ich befinde mich jetzt aktuell hier unten in F6. Da gibt es die Schmiede der Erstmenschen und da gibt es diesen großen Kerl hinter mir. Wenn wir den jetzt einmal töten, haben wir die Quest abgeschlossen. Ja, die Schmiede der Erstmenschen, die kannt ihr jetzt schon aus einem anderen Video. Und der größte von diesen Leuten, die hier stehen, ist der, ja der Boss sage ich jetzt mal von ihnen, der Häuptling. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst doch bitte gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch weitere Videos zum Thema Conan Battle Pass anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Auch mal schauen. Eing, dann, das war ja noch ein rhiz yap 광antze.